Ich bin jetzt wieder, diese Woche war ich wieder in der Mutter, die wir haben, und das ist dann, wo wir ja hier in der Koffenleine kriegen. Was sie, ja, wo die Koffen jetzt noch nicht wichtig ist, ist, dass sie einfach das angekrochen ist, und dann hat er die Koffenleine gewonnen. Und dann hat er den Koffenlein ein bisschen was gelungen, irgendwie, weil er sieht, wie der das gemacht hat, aber wie gesagt, quasi, und der ist gelaufen.